Musik Bei dem jungen Mann, er ist kein Favorit, das wissen wir, aber einer, der es werden kann. Jetzt bei den U25er und die Daumen drücken und vor allem demjenigen, der gestern seltsam mit dem ADAC und der Ausrichtung, der meinte Hohenstern, Ernstern. Und dann, let's go for racing. Jetzt geht's los. Ja, und da ist es Bradley Smith, der gut wegkommt, Marcel Schötter, der kann seine gute Position da nicht umsetzen. Ja, da gibt es schon die Ersten, die hier rausfliegen. Gelber Hirn, das könnte Iwema gewesen sein. Ja, ja, Jasper Iwema vom Racing Team ein Kick bekommen und die versuchen jetzt natürlich wieder hinterher. Ja, das ist der nächste ausgegangen, Bradley Smith, den Kichmar war das und der ist aufgeräumt. Ey! Hey! Ey! Ohne die sind ein bisschen schneller als der Rollstuhl. Für das siegreiche Team Bacaya und zu Ehren des Siegers, zu Ehren von Julien Simon, jetzt die spanische Nationalhymne. Vielen Dank.